Hallo meine PowerDriver28 Fans und herzlich Willkommen zu Wii Sports Resorting mit der PowerDriver28 und wir werden jetzt die Sportarten uns alle einzeln angucken. Ich bin auf der Wii U und habe in mir nie gemacht Power-RPs und das hier kenne ich halt ziemlich gut. Wir machen alles einmal durch. Hier steht, dass du eine Pause machen sollst, habe ich auf dem Spiel heute noch nie gespielt. Tut mir leid, aber meine Fernbedienung reagiert natürlich mal wieder nicht. Stopp. Bist Und ich habe auch ein Thema zu besprechen, und zwar das Thema Schule. Und zwar ist Schule etwas, was mir gefällt, aber was teilweise stressig ist, wenn man zum Beispiel englische Wörter auswendig können muss, weil innerhalb von einem Tag, zumindest bei mir ist es so in Englisch, aber man kann nicht innerhalb von einem Tag fünf Wörter lernen. Zwei gehen noch, aber zehn erst recht nicht. Und dann soll ich sie vor allem auch noch schnell lernen. Und das ist halt etwas, was ich halt nicht gut finde. Ich mag Schule zwar sehr, aber Hausaufgaben überhaupt nicht. Wie ist es? Wie ist es bei euch? Schreibt es in die Kommentare. Es gibt übrigens auch geheime Ziele in den Leveln, die zeige ich in einem extra Video. Und nochmal gesagt, das Ganze hier ist frei vom Herzen. So, das war es mit Wii Sports Resort für jetzt und wir sehen uns gleich wieder.